So, und damit herzlich willkommen wieder zurück bei Assassin's Creed Odyssey und willkommen in 2019. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch noch. So, das ist jetzt die allererste Aufnahme im neuen Jahr und ich hoffe mal, das kriegen wir weiterhin so schön hin. Ah, hier haben wir ja diesen Eber noch in der letzten Folge besiegt, ja. Aber das ist alles schon so ewig her, als ich die letzte Assassin's Creed Aufnahme gemacht habe. Ja, wunderbar. Springen kannst du noch, Cassandra. Ich hoffe vielleicht, dass ich die ganzen Namen noch alle kenne. Oho. So, auf jeden Fall, hier wird man noch eine einzige Quest machen und danach machen wir unseren Hauptauftrag weiter. Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir eigentlich von unserem Level 30 und ein angekratztes Ding, ja. Okay. Na gut, dann flitze ich mal. Dann flitze ich mal da hoch. Ich kann auch den Phobos rufen. Ja, komm mal her. So, dann rennen wir mal... Ja, wo ist denn das? Ist das da oben? Ist das hier auf den Hügel oder ist das hier... In dem Haus, okay, in dem Haus. Und weiter. Und weiter. Einmal durchs Wasser. Ja, das ist eine Quest, die ist eigentlich... Vom Schwierigkeitsgrad her ist die eigentlich so leicht. Aber weil wir gerade einmal hier sind, können wir die auch nochmal mitnehmen, oder? Das denke ich auch. So, ich hoffe, dass ihr alle Silvester gut überstanden habt. Keine Verletzten. Kein Koma saufen, hoffentlich. So, wunderschönen guten Tag, Frau. Keine Ahnung. Dann werde ich sauer. Ich sauer, nicht gleich einer. Heiliger Boden. Du solltest nicht hier sein. Nun, geh oder sage mir, was du willst. Wer bist du? Man sagte mir, ich sollte Daphne aufsuchen. Von dir hat Talia also gesprochen. Du warst diejenige, die das Unbesiegbare erschlug. Stark vielleicht, aber nicht unbesiegbar. Ich bin Cassandra. Ich bin Daphne, Anführerin der Töchter der Artemis. Ich habe einen Auftrag für dich, wenn du willig bist und fähig. Leider los, ich schieße los. Wenn du es so formulierst, wie könnte ich da ablehnen? In der Nähe gibt es einen Eber. Töte ihn und bringe mir sein Fell. Ist es das, was du wolltest? Götter, wahrlich Artemis brachte uns zusammen. Ich bin gespannt zu sehen, womit du mich noch überraschst. Oh. Und was schwebt dir vor? Oh, so vieles. Oh, verführerisch. Durch diese Welt streifen Bestien, die aber nicht von ihr stammen. Die Götter brachten sie zu uns als Prüfungen. Als Test. Äh, Farben interessieren mich nicht. Mein Leben ist jetzt schon legendär. Da sind wir mal nicht ganz so angeberig, oder? Diese Bestien sind ganz gewöhnliche Kreaturen. Die Welt ist voller Mysterien. Doch nicht alle von ihnen sind das Werk der Götter. Bevor dies hier vorbei ist, wirst du vielleicht deine Meinung ändern. Und was genau soll ich für dich tun? Ich will, dass du dich in Artemis Augen als würdig erweist und diese Kreaturen jagst. Ich muss keinem meinen Wert beweisen. Sag mir nur, was die Belohnung ist. Für jedes Fell, das du mir bringst, werde ich dir eine Gnade der Artemis gewähren. Wenn du alle Bestien erlegt hast, wird sich deine Verbindung zu den Töchtern der Artemis für immer, sagen wir mal so, verändern. Gut. Ich werde es tun. Wie viele von diesen Tieren muss ich erlegen? Artemis stellt dich vor acht Prüfungen. Du hast deine Reise bereits begonnen. Nun erlege die restlichen Tiere. Werde ich die Kreaturen auch erkennen? Das wirst du. Bring mir die Fälle. Ich werde mit meinen Schwestern, den Töchtern der Artemis, auf dich warten. Ich hoffe, du lässt mich nicht zu lange auf dein schönes Gesicht warten. Oh, Bogen der Artemis. Ja, nice. Und 30.000 Erfahrungen, na klar, für eigentlich nichts tun. Okay, mehrere Quests angenommen. Ich gucke mal rein. Äh... Ach, hier unten. Die Jagd der Göttinnen. Okay, okay, okay. Bring die Fälle. Okay, hier haben wir einen Wolf. Der ist Level 36. Der nemiische Löwe. Das könnte man theoretisch sogar schon machen. Der kretische Stier. Hier haben wir noch einen Eber. Aber haben wir nicht... Haben wir nicht einen Eber schon erschlagen? Okay. Hygiene, Hirschkuh, Callisto. Bieren, Callisto. Okay. Ähm... Irgendwas in der Nähe wenigstens davon, dass wir das schon mal anfangen können, sag ich mal. Ich gucke mal ganz kurz. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz ins Inventar. Ähm, was dieser neue Bogen so schönes kann und hat. Dass der hier Giftschaden gemacht hat, das war ja einfach... Das fand ich ja eigentlich so extrem nice an dem Bogen. Äh... Na, aber den wäre ich trotzdem beim Aufheben, ja? Okay, pass auf. Dann gucken wir jetzt auf die Karte. Wo soll denn unser Ziel sein? Das ist ja relativ weit, habe ich jetzt gesehen. 6000 Meter, das könnte auch irgendwo hier unten sein. Ach da. Da ist er. Okay, da könnte man theoretisch auch eine Schnellreise hin machen. Pass mal auf, machen wir mal eine Schnellreise hin. Schnellreise! Feuer frei! Äh, nee, endlich wieder aufnehmen. Oh, ich freue mich so drauf. Mir sind doch die letzten Tage schon ein paar Folgen ausgegangen. Habt ihr vielleicht gemerkt, dass nur alle zwei Tage die Folgen rauskamen. Sollte sich ab jetzt wieder normalisieren. Jetzt ist das ganze Weihnachts- und Silvestertrubel vorbei. Das neue Jahr hat angefangen. Ja, sollte laufen, hoffe ich. So. Wo müssen wir denn hin? In welche Richtung überhaupt? Äh, da unten. Ja, erstmal hier Jumping und dann... Äh, tut 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 tut. Können wir hier Phobos rufen? Komm mal her, mein Goodster. Ja, da ist er ja schon. Komm her. Bewegung. Bewegung, sei doch mal nicht so streng zu dehnen. Der hat da auch eine lange Pause gehabt und fällt jetzt... Ja, sie ist ihm gefallen. Mein Gott. Cassandra, Cassandra, Cassandra. Habt dich doch mal nicht so. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was gab es denn hier eigentlich? Für ein mega, mega, mega interessantes Tier. Hier sind sehr viele Tiere. König der Bestien. Ah, der Löwe. Okay, was noch was? Dann steige ich hier ab. Und gucke mir die ganze Sache mal. Von oben an. Naja. Mann, er ist nur 28. Hm. Tut 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 tut. Okay, müsste ich eigentlich noch hinkriegen, oder? Das Kämpfen. Das ist ja wie Fahrrad fahren, denke ich mal. Pass mal auf. Treff ich nicht. Keine die Pfeile vorher eventuell runter. So, Headshot. Das juckt ihn gar nicht, hab ich das Gefühl. So, Ruhe jetzt. Sei doch mal vergiftet und sterbe. Okay, er will nicht. Okay, da hinten komm ich gar nicht hin, ne. Hier kommt noch einer gerade. Eine Löwen. In den Arsch. Zack. Noch einen. So. Oh, kommen wir überhaupt an? Ja. Ich glaube nicht, dass wir da hinten hinkommen, oder? Ja, der hat hier sessen. Oh, das hat ihn, glaube ich, nichts abgezogen. Ich glaube, so leicht lässt er sich... Ich glaube, so leicht lässt er sich nicht töten. Aua. 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 Oh, komm mal her hier. Schnell aufstehen. Okay, er ist auf jeden Fall ein bisschen zäh, oh. Das gefällt mir. Und zack. Aua, aua, aua. Au, au, oh, jetzt muss ich aufpassen. Was heilen? Ja, komm mal hier, mein Mütik-Kätzchen. Okay, der ist auch davon gar nicht betäubt, ne, der ist auch relativ wenig davon, oh. Wenig davon beeindruckt. Uh. Aua. Alter, wir haben den, au, wir haben den gerade mal zur Hälfte. Na, komm hier, ja, jetzt. Zack, zack. Okay, okay, okay. Komm mal hier, hier, mein. Uh. So. Der ist hartnäckig. So, jetzt, komm, Freitseite. So, wir haben hier noch unseren Mega-Angriff. Au. Oh, da, oh, 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 oh. Kannst du heilen? Den hab ich ja ganz vergessen, unseren, unseren guten Angriff, unseren sehr starken Angriff sogar. Oh, der Löwe ist extrem zackig unterwegs. Oh, oh. Was? Ich bin ausgewischen. Da liegt er und schläft. Aua. Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Hab ich jetzt grad die 5? Aua. Nein. Alter. Was hier, ein Lacker. Oh. Was, ich hab meinen Controller grad entfernt? Nein, das wollte ich nicht. Controller angeschlossen. Yay. Alter, das Vieh ist ja aber heftig. Und dabei sind wir zwei Level drüber. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Also, wir können's gerne nochmal probieren. Aber ihn juckt das gar nicht, ne, wenn wir da auf Pfeile mit ihm auf, äh, fliegt schießen. Aber genauso ist das wahrscheinlich auch vom Spiel beabsichtigt. So, komm mal her, mein kleines... Und dabei sieht das schon so viel ab, ja? Okay, viel, viel mehr konzentrieren. Und viel mehr draufschlagen. So, jetzt hab ich natürlich... Sämtliche anderen Löwen hier grad am Schlesel. Oh, 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 oh. So, okay. So, ein Löwe ist weg. So, ich muss mich auch nebenbei immer noch ein bisschen heilen. Au, oh, 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 oh. Au, oh, 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 oh. Au, oh, 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 oh. Ich brenne. Wuhu. Ich brauch Energiepunkte. Nein. Ach, oh, 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 oh. Ach, Mann. Okay, komm, lass uns doch ein einziges mal probieren. Ansonsten lassen wir es erst mal. Puh. Vielleicht mein Controller schon wieder entfernt. So, jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder weg. Wenn ich erwischt werde, hab ich ein Problem. Controller? Hallo? Ah, ich hasse diese Verbindung von dem Controller. Okay, pass mal auf. Ich muss erst die anderen Löwen aus dem Weg räumen. Ich hab mich gerade auch sehr dolle behindert. So, einer. So, Hedge heute. Aber nicht ab. Ich weiß auch nicht, ob der Pfeil jetzt so weit fliegt. Okay, hat er. So, doch ein bisschen lenken. Lenken, 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 lenken. Ernsthaft? Geht doch. Ja, jetzt ist er tot. Gut. So, jetzt kommen wir wieder zu Valerie. Oh, das war... Das war doof. So. So. Das war nicht dolle. Okay, leider bringt... Aber... Die Attacke nicht so viel. Okay, die Punkte kann ich mir eventuell aufsparen. Genau für diesen Schlag. Der immerhin 20.000 bringt. So ist... Jetzt lass den mal noch... Kritten. So. Komm her, mein kleiner Löwe. Oh, 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 oh. So. Sehr schön. Er hat gesessen. Können wir doch Feuer machen. Au, oh, 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 oh. Ah! So, jetzt... Für Zeitläufe... Müssen wir auf jeden Fall ausnutzen. Okay, er läuft immer an. Okay, wieder heilen. Wir haben wieder volles Leben gerade. Wo ist er denn? Da. 40.000. Ja, nice. Let me go, the pfanne. Oh, voilà. Komm, du kleines... Kätzchen! Aua. Aua. So, schnell wieder geheilt. Kampf der... Hüpfen denn hier? Ja. So, kommt man wenigstens damit ablocken, ja? Aua. So, jetzt aber, komm! Ja, nice! Alter, finne! Geil! Wir haben eine Löwenmähne auch noch bekommen. Das gab 13.000 Erfahrungen. Ey, das ist gar nicht mal so wenig. Okay, damit könnten wir jetzt hinlaufen und eins, glaube ich, abgeben. Könnten wir aber auch sammeln, oder? Könnten wir aber auch sammeln. Ähm... Achso, ja, okay. Wir sind ja gestorben, darum sind alle anderen Quest-Dinger auch wieder gerade offen. So, den Löwenhammer erledigt. Ja? Jetzt hätten wir hier noch eine Hirschkuh. Ich gucke mal ganz kurz auf der Karte. Äh... Davon auch 6.000 Meter, ja? Da oben ist er. Äh, da habe ich ja gar keinen Reisepunkt. Oh! Ja, was ist denn hier los? Haben wir... Lass mich mal ganz kurz überlegen. Wo ist denn eigentlich unser, unser liebes Schiff? Das ist da unten. Das müssten wir quasi an irgendeinen Hafen hier. Das hier ist ein Schiffs-Dock, ja? Das heißt... Wir könnten hierhin reisen. Das werde ich dann aber wahrscheinlich in Offscreen machen. Äh, ich... Pass auf, ich erkläre das nur ganz kurz. Ich reise hierhin. Mache in Offscreen. Reite ich hierher. Hole mir mein Schiff. Und tücke da rüber. Ich glaube, das ist das Einfachste. Ja, so machen wir das, ja? Judy! Pass mal auf, denn... Ähm... Muss ich nochmal ganz kurz aus das Gebiet hier raus, damit ich schnell reisen kann. Und dann... Ist die erste Folge für 2019 schon wieder in Kasten. Mein Gott. Ging es aber wieder schnell rum, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat aber wieder Spaß gemacht. Okay, das war ein... Der Löwe war... Der war heftig. Also dafür, dass der 2 Level unter uns war, war der echt heftig. So, jetzt können wir schnell reisen, ja? So, Karte. Ähm... Controller? Ach man, Controller. Weiß nicht, bloß zusammen Controller. Jetzt müssen wir ganz kurz warten. Jetzt ist der Controller wieder da. Ähm... Wie war der Plan? Hier wollte ich hinreisen, ja? Genau. Judy! So, das mache ich jetzt schon mal in Offscreen alles. Ich bereite schon mal alles drauf vor. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein. Tschüss! Tschüss! You shall never leave this island that you call home. You shall never step foot out of your own village to dare and travel the world. You shall live a small, tedious life in the comfort of your home. After all, for every hero, the world needs cowards like yourself. For your entire existence, you shall never have to face danger to fight for your own life. Nor will you know courage, boldness, or bravery. And in the end, alone, you shall vanish. Forgotten for eternity. That is the will of the gods. And your destiny shall be fulfilled. The quelquefro know paragraph three... Nur! Verd indicator más воды. Hey horror! Just darauf ن Harvard! jeb De Navidad! De Navidad! De Navidad! De Navidad! Vielen Dank.